ja für drei stück 39 ich habe neun stück bekommen ach gekauft hast du ach so ich falsch verstanden gekauft samengekauft und wenn ich wenn ich die kartoffeln verkaufen möchte was da sind drei stück 84 für drei stück nice machen gut gewinnen verkauft weißt du was ich glaube ich glaube uns hier im park eine bank wir haben ja die sitzbaumstämme noch aber man kann sogar nicht interagieren mit den weiter nach irgendwie mit welchen die menschen und nehmen wir den pool mit büscher näher brauchst du das spielzeug dafür den ball und sowas ach ja ach so guck mal hier ja kurze pause weil ich muss nämlich mal ganz kurz vorhin bis gleich bis gleich wo hinsitz nehmen wir hinter mir ist gleich bis gleich so dass so das feld das rufen aus dann nehmen wir das noch kurz weg hier damit das einheitlich ein bisschen gleich aussieht so dann ist das hier das feld kommt nach der zaun hin da eigentlich kann das spiel weg nehmen da kann ich die im zaun hinsitz mit wiese ja hier kommt ein feld hin das macht sich gleich johne essen habt ihr wunderbar ich habe ein geschenk ein schrank Nice. Cool. Hihi. Ja. Gut, haben die noch Essen drüben? Ja, Essen habt ihr. Eier habt ihr noch nicht gelegt. Du bist zufrieden? Du auch. Super. Dann gehen wir mal ganz schnell hier rein. Pass mal auf, wir machen das. Stein. Da oben liegen Samen drin. Kuhfutter. Müderfutter. So, da bin ich wieder. Ich habe auch noch Tierfutter geholt für uns. Neunmal Tierfutter. Der blieb tatsächlich sitzen bei mir? Das ist ja krass. Krass. Das ist ja süß gemacht. Zwei Eier und Kartoffeln, die sparen wir ein bisschen auf erstmal, ne? Ja. Den Haufen mache ich auch mit rein. Zwei Eier. Wie sich das Gesicht verändert von... Süß. So, hier habe ich das Feld gemacht. Okay. Kann man hier gut einpflanzen. Mhm. Ich hole mal ganz kurz noch was. Oh, wir müssen ja voran. Und ich hake die Felder schon mal. Jo, mach das. Ich hole mal ganz kurz. Ja, die Sachen wechseln mal wieder. Ständig. Ja, ne? Beim Shop meinst du, ne? Ja. Eins, zwei, drei, vier, sieben, acht, neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, äh, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Ach, äh, acht, äh, drei, zehnmal acht Felder haben wir. Nicht schlecht. Und reichen die Samen? Ich mache aber noch eine Reihe dazu. Mhm. Welche Samen? Ja, diese, ähm... Achso, die Kartoffelsamen? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 9 Wo habe ich jetzt meine Gießkanne? Die brauche ich natürlich auch. Erfolgt freigeschaltet? Hä? Wieso kann ich die jetzt... Also den Kudum konnte ich bei den Kartoffeln nicht verwenden. Okay. Okay. Oh! Ich werde langsam müde. Naja, Heimatpunkt gesetzt. Das kommt irgendwie immer, ne? Ja. Und jetzt mal shoppen. Mhm. Oh, ich werde langsam müde. Mhm. Ich schaffe das. Mhm. Ich bin gleich an der Tür. Ich komme rein. Ah, gerade noch hingelegt. Ja. Super. Ah, es regnet. Gut, wir brauchen nicht gießen. Weiß ich nicht. Theoretisch. Wo ist mein Frühstück? Gibt's noch nicht. Mit Kerze. Süß. Aber ich habe hier was anderes. Das fache ich mal da rein. Ein Insektennetz geholt. Ach, hast du ein Insektennetz gekauft. Und ich habe eine Melkmaschine. Willst du melken gehen? Steht aber drinne. Im Regal. Und was das ist, weiß ich nicht. Smoker. Hä? Smoker. Ein Smoker? Ja. Ja, wahrscheinlich um Fleisch zu machen später. Ah. Ich gucke mal bei El... Elise ist beschäftigt. Ah. Das geht! Geil. Elise... Elsie hat keine Milch. Jetzt habe ich auch Elise gelesen. Elsie hat keine Milch. Kriegt man bei ihm? Krass, bei ihm kriegt man auch Milch. Cool. Super. Du bist echt schlau, Schatzi. Guck mal, was ich eingesamt habe. Eingesamt? Musst du gießen. Ja, wenn die nicht feucht. Ah, wenn es regnet. Du musst Pflanzen an regnerischen Tagen nicht gießen. Cool. Juhu. Das hängt wohl nicht schneller mal Samen. Dann kann man das nicht heute sparen. Und ich gucke mal, was ich für die Milch kriege, wenn ich die verkaufe. Genau. Voll cool. Und achte auf Schnecken. Die kommen im Regen raus. Das sind Regenschnecken. Entschuldigung, dass ich immer wieder mal mein Mikrofon zum Geräusch mache. Wo manchmal muss ich es richten, nachdem ich irgendwie was getrunken habe. Aber irgendwann... Oh, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, was ich bekomme. 280 Blütenblätter für zwei Milch. Nice. Wow. Ich bin mir sicher, dass der reisende Händler einige Genehmigungsgebühren nicht bezahlt hat. Du weißt, welchen ich meine, oder? Der mit der komischen Kapuze. Es kann einen anderen Grund geben, aus dem es diesen Monat so schlecht um unsere Finanzen steht. Hä? Was meinst du mit, die haben alle komische Kapuzen? Ach, ich habe zu ihm gesagt, die haben alle komische Kapuzen. Okay. Na. Hm. 20. Wenn du schon hier bist, kaufe auch was. Ich habe keine Zeit für Bummler. Hat sie schon wieder gesagt. Okay, krass. Ja, weil ich sie angeklickt habe. Ich wollte eigentlich Hallo sagen und winken, aber... Oh, ich habe keine Zeit für Bummler. Dann kaufe jetzt was, wa? Hm. Blütenblätter erhalten. So, ich gehe schnell mal einpflanzen. So lange, wie das regnet. Hm. So lange, wie das. So. na super als was mit der welt verkauft hat ich werde hier gucken ich pflanze gott ok toll oder wie war das lieber das als gar nichts hast du noch genügend geld bei dir ja 4110 ja ach die kann ich da gar nicht hinsetzen verdammte kacke an mich du musst da weg geht doch mal weg da will er nicht weggehen so so das geht ja gar nicht liebe kinder hört weg und zwar nicht mit absicht ein schlechtes wort ja tut mir leid manchmal rutscht mir so was raus richtig wie bei mir was ich hab was uns geholt guck mal ich bin doch gar nicht da warum nicht du hast ein geschenk gekriegt du musst schnell nach hause kommen und guck mal ob ein ei liegt das macht sich die ganze zeit miau wuff oh ja komisch bei dings hält das futter länger ne oder dings bei den kühlen und so naja guck mal ob die oh schon wieder kuhfladen ei 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 2 8 go 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 Vielen Dank.